Und jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge von Uncharted. Hier müsste mal ein Klempner vorbeischauen. Oh ja. Verdammter Mist, wo kommen die alle her? Na toll. Oha, oha, oha. Mach keine Gefangenen. Hüschel ihn weg, das Verdammte. Weg mit denen. Ich halt den Shit hier aus. Mach keine Gefangenen. Ach du Scheiße. Wer kann... Ach, das war bestimmt... Das war bestimmt M. Genau der war das. Mensch, wo sind die denn alle? Er ist da drüben. Da drüben ist er. Okay, jetzt reicht's mir. Hallo. Hör doch mal auf. Hey. Der hat sich einfach nicht... Nee, komm noch mal hoch. Ich brauch die Munition. Verdammt. So. Das tat bestimmt weh. Ja, das tat es mit Sicherheit. Der Typ muss so oben weg. Weg mit dir. So läuft das jetzt. Zack, zack, zack. Nicht mal in meiner Nähe. Ja gut, ich hab ihn ja beim Werfen abgehalten. Kleiner Bad Boy. Das war der von Wollen. Der mich so fertig gemacht hat. Bis dann. Bam! Weg mit dir. Ich hab keinen Bock auf dich. Oh, nee. Will schon bei der bleiben. Da ist er. Er ist hier. Junge. Such. Oh, das tat bestimmt weh. Was sagst du jetzt? Sucht keinen Streit mit mir. Haben sie richtig gemacht. Los. Abhauen. Den ich machst du sonst fertig. Es war aber etwas heftig, dass sie dann auf einmal von hinten kamen. Ja gut, falls man seine Safe-Deckung dann hat. Dass das dann immer nicht so kämmt. Ist an sich gut. Aber fies. Ja. Jetzt renne ich erstmal ein paar Mal im Kreis. Bis ich kapiere, was getan werden muss. Das sieht stark danach aus. Aber wahrscheinlich von der Stelle dort und von dort aus hab ich keine Ahnung. Hier kann ich auch nicht irgendwie durch, ne? Ja. Ja. Ja, das hier vielleicht nutzen dann irgendwie so hochjobben. Ja. Geil. Nein. Boah. Okay. Du bist ein Noob. Du kriegst das nicht hin. Ich sieh's ein. Ja, da sollst du ja auch nicht hochspringen. Sollst du einfach nur da hochspringen. Genau. Hat das schön gemacht. Komm schon. Das sieht ja leicht geil aus. Ich hab Angst im Wasser zu schwimmen. Wir könnten voll Krokodile oder so drin sein. Äh. Ja. Oder einfach ein Häufchen nichts. Kann ich hier einfach stumpf hochklettern? Nee. Hochkabel nennen. Ah. Hier kann ich stumpf hochklettern. Yeah. Tada. Jetzt kann ich das Wasser höher machen. Oder? Wasser höher machen. Ah, genau. Ah, genau. Ah, genau. So, und jetzt muss ich wahrscheinlich auf die andere Seite. Beziehungsweise jetzt kann ich endlich auf die andere Seite. Ah, nee. Okay. Wäre egal gewesen, von welcher Seite ich zuerst mache. Und wieder. Ich weiß ja, ob das was bringt, wenn ich schnell drücke. Oder im Vergleich zu, wenn ich langsam drücke. Bei schneller machen tut er ja irgendwie trotzdem nicht. Das hat es nicht so wirklich gebracht. Aber es reicht aus. Hoffentlich dummer. Ja, reicht aus. Kapitel 6. Schlüssel zur Vergangenheit. Leider erst acht Minuten, deswegen muss ich noch ein bisschen weiterlaufen. Hammergeil. Hey, Elena, wo bist du? Hier. Schreit jetzt sie. Und fiel ins. Fiel irgendwo rein. Hey, kann die euch kaputt machen? Ich kann nur Löcher reinmachen. Damn it. Oh je. Ich will nicht. Ich will nicht. Moment mal. Was kann in dem Turm so wichtig sein? Wow. Verdammter Mist. Das war ja überhaupt nicht vorauszusehen. Oh, oh, nein, nicht. Puff. Ah, ich kann nicht weiter rauchen. Oh. Oh, wie fühlt sich das an? Oh, der ist weg. Hä, kann ich nicht weiter? Oh, ich kann nicht weiter nach hinten. Puff. Weg ist er. Bitte, was? Wo hast du mich denn, hä? Meinst wohl, ich hab dich? Okay. Hey, da war es aus. Okay. Ja, versteck dich eben. Könnte dir aber auch nichts helfen. Okay. Scheint aber noch nicht vorbei zu sein. Jetzt hätte es die Musik beruhigt. Na, das soll mir erstmal gleich sein. Boah. Äh, äh, ne, ne, ne Shotgun ist ja echt gut. Oder ist das ein Schrotflinter? Schrotflinter. Ja, klar. Shotgun war sowas. Ach, genau. Shotgun war ja hier dieses... Was dann auch explodiert. Ha, ich bin. Lade dich fest. Scheiße. Boah. Der Kallengeschau, Held. Ah. Hallo. Komm schon raus, Pulley. Oha. Drei Leute. Bulley. Ich bin aber kein Bulley. Er schüttert aber sein Life da. Lol. Aber das war so hart, ein Kopfschuss. Ne, der verpisst sich dann immer. Ich lass mal den weg. Na, er ist nicht nah genug dran. Ich glaub, mein Fass kann... Ja. Mein Fass wird dran glauben. Oh, fuck. Flugzeug, Mann. Wie schlecht ist das denn? Flugzeug, Mann. Alter. Ich bin doch kein Flugzeug, Mann. Hier ist das Arschloch. Da ist doch bestimmt was drin. Oh. Na, hier glitzert auch nix. Schade. Hier ist auch nix Besonderes. Oh. Oh, mein Jao. Aber du hast doch bestimmt Muni für mich. Ja, natürlich hast du das. Geiler Boy. Ah, was ist das? Was das wohl ist? Hm. Als wäre mir das heute das erste Mal passiert. Äh. Vor die Augen getreten. Oh, mein Gott. Geh mal kurz. Ich wollte eigentlich zielen, aber... So geht's ja auch. Na, komm jetzt hier. Ja, natürlich kommen da wieder Boys raus. Na, vor Seite. Ich trau mich voll nicht. Ist auch so klar, dass jetzt hier wieder welche kommen. Oh, da auch nicht. Also, ein Problem habe ich mit nicht, aber... Merkwürdig. Na gut, vielleicht ist das jetzt so eine Kletterphase. Gleiches Symbol. Aber was hat das mit dem Turm zu tun? Nichts. Einfach rein gar nichts. Am liebsten würde ich jetzt schon mal einen Cut machen, Alter. Aber ich weiß nicht, wie der speichert. Da ist echt kacke. Jedenfalls ist das hier nur eine Kletterphase. Geh weg, Taube. Ist ja nichts zu suchen. Ist mein Sprungplatz. Ich habe Kreis gedrückt. Ich habe Kreis gedrückt. Ich habe Kreis gedrückt. Äh... Natürlich. Natürlich. Gön dir einfach. Gön dir. Der stellt sich an. Jetzt würde er krepieren. So. F. ein Nuss. Zack. Hui! So, jetzt aber. Stell dich nicht so an, Drake. Oh, nein. Anscheinend muss ich sneaky... ...rennen vorbei. Ich hätte hier schon einen Turm, oder kommt der jetzt erst? Ich glaube, der kommt jetzt erst. Ja. Oh, nein. Oh, nein, 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 nein! Ah! Huh! Oh, nein, hier kann ich ja gleich weiter. Hui! Das sieht man aber auch nicht. Mensch. Hui! War schwer zu sehen, finde ich. Oh, Mann! Oh, ja. Oh, ja. Oh, Mann! Das ist so schlecht. Das ist einfach so schlecht. Oh, oh, oh. Also, das ist so verdammt schlecht. So. Vorsichtig. Ich bin so frei. Danke. Ach, die Schlüsse waren hier oben. Kann ich halt wieder runterspringen. Zack, zack, zack. Geht besser den Safe-Weg. Ah, ich hätte das Seil nehmen können. Ja gut, jetzt ist es egal. Geh ich den langen Weg? Boy. Boy. Okay. Ich muss das Seil nehmen anscheinend. Dann gehe ich eben wieder hoch. Easy. Und ich nehme das Seil. Hui. Ach ja, ich rollte hier einfach durchs Leben. So, weil es hier so schon ruhig ist. Und gerade schon 19 Minuten sind. Sehen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. In der Uncharted. Haut rein. Tschüss.